Was ist der los? Nein! Aufhören! Nein! 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 Fetzloch! Töntel die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen! Ich bin kein Hochstapler! Das Spiel wäre wohl! So. Obwohl das Ranholen ist dann doch nicht so verkehrt. Was sie dann natürlich auch noch betäubt sind in der Luft. Macht die Sache dann deutlich cooler. Oh! Cool! Schneid mir das Herz raus! Du reißt mir das Herz raus! Ich will mich ja gar nicht verstecken. Ich laufe hier im offenen Feld frei rum. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Was? Hast du gerade ein böses böses F-Word gesagt? Danke! 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 Wow! Wow! Na, keine Bösen Sohza. Wer schreit denn hier so? Scheinbar lebt da noch jemand. Ja, war doch ganz gut. Hat so ein bisschen gedauert, bis ich gesehen habe, wo die Leute sind, wie immer. Aber wir sehen ein Gebäude in Brand. Und sonst nicht viel. Ich nehme mal den Repetierer, solange ich keine Munition für meine MG habe. Da ist auch wieder was drin, was Schickes. Ja, ja, ja. Hey, Daisy. Hallo. Das ist es. Das ist deine Bewegung, Daisy. Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man gespürt. Oh, 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 oh. Ich wollte dich nur trösten. Kann ich scheinbar nicht. Sie hat auch nichts Interessantes dabei. Elisabeth! Ein Voxophon! Von mir. Vielleicht habe ich richtig gehandelt, was dich und die Vox betrifft, aber letztendlich macht das nichts besser. Anna. Anna. Es tut mir leid. Also das Verstörendste ist immer mal wieder die Sachen so von uns selbst zu hören. Elisabeth, warte! Elisabeth? Da leuchtet eine goldene Tür. Gesundheit ist voll. Wollte ich irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Klopp, klopp. Wieso kommst du nicht da raus? Ich weiß, wie das ist. Bitte mach auf. Na gut. Dann setzen wir Kurs nach Paris. Wahrscheinlich nicht. Ach, Neff York. Da ist der Arme. Elisabeth. Oh. Steht hier auch gut. Sie hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York? Oder Paris? Nein, 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 nein. Scheiße. Boah. Wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Großhändler. Was ist denn eine Art Gashebel oder Beschleuniger geben? Wißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen. Oh. Oh. Scheiße. Emporia. Der Vogel und Elisabeth haben eine Art Verbindung zueinander. Wenn ich ihn töten könnte, würde sie das zulassen? Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Nein, doch. Nein, doch. Versuch's nochmal. Okay, bitte sehr. Bucke, wir müssen Sie stoppen. Nein, das ist das eh. Nein, das ist das bestimmt. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Noch einmal. Nein, versuch's du. Gut. Aufhören. Nein, das ist das leer. Hört auf, ihr wisst nicht, was ihr tut. Na also. Nein, jetzt habt ihr's geschafft. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann. Bringt er einen hin, wo man hin muss. Hä? Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist der? Klar. Natürlich. Wenigstens ist das Piano noch da. Der entsetzte Gesichtsausdruck. Ja, ich spiele jetzt Klavier. Ach nee. Ich dachte. Schade. Ich würde jetzt gern ein bisschen... Bukka. Bukka. Das ist Comstock Haus. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Die Vorker-Kammel. Wir wimmeln Sazadok-Kammel an. Wir wimmeln Sazadok-Kammel an. Wo wollen diese Leute hin? Dort sind, wo es keine Vox-Populi gibt. Hallo, dein Korb ist leer. Tut mir leid. Ich liebe dich, aber ich kann es nicht. Tut mir leid. Ja. Hier, Bukka. Danke. Okay, die fliehen jetzt alle nach irgendwo. Feuerhagel? ETF ist Feuerhagel. Also ich komme auch langsam ein bisschen durcheinander. Wer jetzt Freund und wer Feind ist. Und dieser kurze Schnitt steht ja wirklich gut, Elisabeth. Ich würde nicht sagen, besser als der andere, aber immer noch gut. So. Mein Salz ist faul. Ja. Der Schiff ist faul. Er ist gelegt. Er ist gelegt. Stopp! Ja, dann gute Reise. Gute Reise. Gute Reise. Gute Reise. Achtung, Flaggeschütz! Was ist denn da hinten? Wer schießt denn hier noch? Du legst mich um. Wollen wir noch mal sehen. Kann ich das Flaggeschütz hin aufziehen? Wow, wow. Wow. Salze, ja. Danke. Vielen, vielen Dank. Feuerhage. Okay. Oh, okay. Du lässt mich nicht ausbluten. Davon wüsste ich doch was. Sind wir hier bei Left 4 Dead oder was? Ich werde ja da sein. Ich könnte jetzt gerade eher was Hältiges gebrauchen. Wir holen ihn da raus. Ich brauche ihn aus. Nix da. So. Ach, ist stimmt. Hier gibt's ja keine Scheiße. Hier gibt's ja keine Scheiße. Das ist das Problem. Ich hätte jetzt gern Scheiße, aber die gibt's hier nicht. in der anderen Seite. Jedenken wird's geschafft haben. Oh, ich hab ja keine Scheiße. Nix da drauf. Na, scheiße. Alles okay. Und es war sicher nicht leicht. Nein, nein, nein. Wo sind wir denn jetzt hier? Da kann der Moskito schon mal was rumschießen. Gut. Bin ich gut, wenn du mich nirgends siehst. Nicht, dass ich euch irgendwo sehen würde, aber... Ja, danke. Komm her. Ja, ist okay. Was ist das jetzt?